Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, ich freue mich sehr, dass heute die besten Ideen aus den Verbraucherschulen ausgezeichnet werden. Leider gilt das noch immer nur virtuell. Dennoch freue ich mich ganz besonders über die wirklich große Beteiligung. Denn im Schuljahr 2020-21 waren mit Sicherheit die Bedingungen für den Wettbewerb sehr viel schwieriger als in den Jahren davor. Als Verbraucherinnen treffen wir alle fast jeden Tag Entscheidungen. Auf den ersten Blick wirken diese manchmal gar nicht so, als ob sie große Bedeutung hätten. Aber was wir alle nutzen, was wir kaufen, was wir konsumieren, wirkt sich selbstverständlich auf unsere Umwelt und auch auf unsere Mitmenschen aus. Wer zum Beispiel die Arbeitsbedingungen und Umweltauswirkungen bei der Herstellung von T-Shirts kennt, der überlegt es sich vielleicht zweimal, ob ein weiteres neues Kleidungsstück wirklich nötig ist und ob zwei Euro dafür wirklich okay sind. Es sind viele Fragen, die da auf uns einströmen. Was will ich in sozialen Medien posten? Wem will ich da folgen? Wie finde ich sachliche Informationen, wenn ich etwas kaufen oder wissen will? Wie eröffne ich das erste Konto und worauf muss ich dabei achten? Oder beim Handyvertrag? Wie komme ich da wieder raus? Wo ist eine Abo-Falle? Welche Rechte habe ich, wenn eine Sache, die ich mir gekauft habe, bald schon wieder kaputt geht? Und wie ernähre ich mich gesund? Und warum ist das überhaupt wichtig? Das klingt alles vielleicht etwas kompliziert und ist es vielleicht auch, aber man kann es lernen. Und der Verbraucherschutz bietet dafür Unterstützung. Und zwar in den Verbraucherschulen. Sie sind eine wirklich großartige Möglichkeit, die Wegwerfgesellschaft kritisch zu hinterfragen, nachhaltige Alternativen zu suchen und für uns Verbraucher auch die beste Möglichkeit herauszufiltern. Und die besten Ideen aus eben diesen Verbraucherschulen werden heute ausgezeichnet und sie sollen zum Nachmachen motivieren. Ich habe sehr gern die Schirmherrschaft übernommen, denn mir liegt eine Schule am Herzen, die zum selbstbestimmten Handeln und zum eigenen Nachdenken befähigt. Danke, dass ihr dabei seid, dass Sie dabei sind. Vielen Dank an den Bundesverband der Verbraucherzentralen für dieses tolle Projekt und danke an die Lehrerinnen und Lehrer, die sich hier so großartig engagieren. Vielen Dank. Vielen Dank.